Eine Tenor-Ukulele, eine T-E-U-C, eine Tenor-Ukulele, ganz aus angenehm duftendem Eukalyptus-Holz. Die Decke ist massiv und auch der Rücken oder der Boden, wie man es auch nennen möchte, ist auch massiv. Der Hals ist auch aus Eukalyptus-Holz. Das ganze Gerät hat 14 Bünde bis Korpus und insgesamt 18 Bünde und ist bestückt mit Aquila Super Naigat-Seiten. Dann wollen wir doch mal gucken, was das gute Stück so drauf hat. Die Decke ist massiv. Die Decke ist massiv. Die Decke ist massiv. Okay, Tenor-Ukulele Teil 2. Der eine oder andere weiß, wenn ich Tenor spiele, spiele ich das auf der traditionellen A6-Stimmung, also ein bisschen tiefer. Und ich finde, das sollte man auch mal probiert haben. Also das klingt dann hier so. Und ich finde, das ist ein bisschen tiefer. Ja, nur für euch. Und ich finde, das ist ein bisschen tiefer.